Abonnenten kommen, Abonnenten gehen, so wie auch die Jahre. Heute Abend ist es ja soweit. Das Jahr 2013 verlässt uns, 2014 steht vor der Tür. Und was erwarte ich euch nächstes Jahr auf Kryzor Let's Play? So, hier mal kurz auf meiner Infoseite, das werde ich mir nächstes Mal ein bisschen verändern. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, was ich aktuell als Hauptprojekt spiele, das 7 Days to Die Survival, SimCity, der Landwirt und Spore. Da fehlt natürlich jetzt noch World of Warplanes, das müsste ich mal aktualisieren. Spore fällt demnächst weg, weil das Jahr jetzt beendet ist. Ein paar Folgen erwarten euch da noch, 65 Folgen werden es insgesamt werden. Das sind die Nebenprojekte, das Pokémon, die Platin, das werde ich komplett einstampfen, weil, ja, das hat keiner geguckt und so, das ist denkbar Zeitverschwendung. So, hier seht ihr auch mal meine Abonnentenzahl, die bei 82. Ich bin natürlich stolz drauf auf 82, weil, ja, ohne Netzwerk, ohne alles, ich schreibe halt mal im Facebook rein, hier, bla bla bla, schaut halt mal rein oder halt im Let's Play Forum. Ja, wir haben 7.340 Aufrufe und, ja, ich habe jetzt noch eine kleine Neuigkeit eingeführt. Das hat eigentlich jeder, nur ich hat es bisher noch nicht. Und zwar hier oben eine Section Neueste Videos. Aus diesem Grund einfach, weil wenn ich jetzt zum Beispiel World of Warplanes zwei Videos hochlade, habe ich immer das Gefühl, dass das, wie hier sieht man auch, hier Aufrufe bei der 17 und Aufrufe bei der 16, dass die 16 immer übersehen wird. Habe ich jetzt im Vorhinein reingestellt, also jetzt vielleicht vor einer halben Stunde habe ich das eingestellt. Und darunter natürlich wieder die angesagte Playlist und die ganze Palette hier von den Sachen, die ich bisher so gemacht habe. Da ist in den Listen ist jetzt nicht jedes Video vorhanden, aber so gut wie jedes. Aber wie gesagt, mit der neuesten Video Section seht ihr eigentlich immer die ganzen neuen Parts folgen, die halt heute released wurden, ne. Damit da nichts mehr übersehen wird. So, und was gibt es noch zu sagen für das nächste Jahr? Auf jeden Fall, im nächsten Jahr werden wir auf jeden Fall auch wieder einige lustige Spiele spielen. Auch mal ein paar aktuellere, weil ich habe natürlich bis jetzt eigentlich so gesehen immer nur alte Schinken Let's Played, kann man so sagen, außer jetzt als Seven Days to Die. Oder halt auch das World of Warplanes ist auch nicht so alt. Natürlich ging die Beta halt sehr lange bei dem Spiel. Auf jeden Fall, ja, wenn euch da einige Titel erwarten, ich werde jetzt auch noch keine festen Namen nennen, weil oftmals entscheide ich mich wirklich kurz davor, ein Spiel zu kaufen oder es nicht zu kaufen. Was ich auf jeden Fall noch Let's Playen werde, wird wahrscheinlich das Tomb Raider sein, das allerneueste, was es da gab. Das ist jetzt natürlich auch schon wieder ein Jahr alt. Und Hitman Absolution wird auf jeden Fall kommen. Und dann auf jeden Fall mal schauen, was der Geldbeutel hergibt und so weiter und so weiter. Also da werden wir schon irgendwas finden auf jeden Fall. Und ich möchte mich auch bedanken, dass ihr wirklich jetzt immer zahlreich Kommentare schreibt. Daumen-Aktivität ist schon okay, aber könnte noch besser sein. Also ruhig immer, wenn ihr da guckt, gerne an den Daumen denken, weil das pusht ja meine Videos wahrscheinlich nach vorne. Und ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Auf jeden Fall wünsche ich euch natürlich heute Abend eine dicke, dicke, fette Party. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt so, wie ihr seid. Ich hoffe, ihr bleibt auch im nächsten Jahr treue Abonnenten. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns dann 2014 wieder, wenn es wieder heißt Quizzer Let's Play. Also bis dahin, haut da rein.